ich wollte nur ganz kurz berichten die die öfter hier sind die wissen ja dass wir ein freies wlan hier hatten die ganze zeit da hat sich im prinzip nichts daran geändert aber doch eine grundlegende änderung weil wir jetzt über freifunk freies wlan hier zur verfügung stellen was damit zusammenhängt dass wir das projekt als solches sehr förderungswürdig finden der verein in frankfurt hier der frei der das freifunknetz betreibt der ist auch sehr engagiert damit flüchtlingsunterkünfte mit freiem wlan zu versorgen und für uns ist es hier ganz praktisches zeichen unsere solidarität damit auszudrücken und wir werden die leute die das machen da auch ganz praktisch weiterhin unterstützen so und falls hier aus dem publikum jemand da noch interesse dran hat wir haben ein paar flyer ausgelegt und im internet und ffm punkt frei punkt freifunk punkt net gibt es auch alle informationen es gibt eine eigene und eine mailing liste für die unterstützung der wlan punkte in flüchtlingsheimen und da könnt ihr euch auch eintragen so das war's schon danke wunderbar vielen dank und 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 Untertitelung des ZDF, 2020